Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Ratchet & Clank Blind Part 31 Und weiter geht's hier in dieser Station Ist hier was? Wie soll man da denn durchkommen? Oh Mensch mal Ich hab hier eine Vermutung Ah Da reicht ein Blaster aus Hallo Was ist das hinter da, hast du? Und weg Darauf muss man erst mal kommen Und wie jetzt? Oh Achso Hier Eine Armee, eine Mada Und da ist ein Spawner, die mache ich erst mal als erstes weg Hier zuerst weg, ihr Spawner Bringt euch gegenseitig um Ja, bringt euch gegenseitig um I Die Ja, instale Die 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 Bitte Die 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 Ja, gleich seid ihr tot. So, das war's. Puh, das waren aber ziemlich viele. Ja, ich hätte da Kisten stehen lassen. Hm. Hallo. Hallo du da. Hallo Quark. Ja. Hol mich doch, du Held. Dich hol ich mir. Vielleicht kriegen wir da drin ein Schiff. Tote Idee. Auf geht's. Ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du mich damit erwischen kannst. Was hast du vor? Boah. Boah. Jetzt stirbt. Jetzt geht's rauf. Ja. 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 Noch ein bisschen mehr. Ja. 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 Minen. Ja. Hör zu, Mister. Jetzt hast du Ärger. Großen Ärger. Ja. Du kriegst Ärger. Jetzt wirst du rauf gehen. Ah. Wo kommen diese Minen her? Ja. 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 Danke. Die Sendung wird um 7 auf Kanal 4073 wiederholt. Bäh! Quark, du scheiß Kerl! Komm her! Du Biestkerl! Ellers, du Biestkerl! Jetzt lassen wir es gehören! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? A роль! Oh, schwer. Hm. Von dieser Blödenbinder, die Treffnung nicht bei meiner Trainerin von vorne. Ja! Hör zu, Mister! Jetzt hast du einen Erdogan! Großen Erdogan! Na! Okay, du hattest deine Treffnung! Jetzt bin ich! Hey! 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 Wo seid ihr alle? Na, wo seid ihr? Zwei sind tot. Zwei sind tot. Zwei sind tot. Ja, jetzt stirbt doch. Dann wirst du alles wegmachen, bis es klappt soll. Dann wirst du alles wegmachen, bis es klappt, bis es klappt, bis es klappt. Nein, komm, die mir nicht. Ja. Hier ist eine Kleinigkeit von mir für dich. Ach, nur ein Köpfer, erinnert sich an meine erste Hauptschacht, als ich noch ein Anfänger war. Der erste ist kaputt. Wo sind die anderen? Da. Machen die Lenkschüsse? Ja, das scheint mir zu machen, bis es klappt soll. Wo bist du? Na, wie soll man da durchkommen? Das sind viel zu viele. Ja, bitte. Da sind viele Krochen. Das Kroch ist gar nicht so einfach. Wo sind sie? Da sind sie, da sind sie, da sind sie, da sind sie. Ja, hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Was it the dead? 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 Ähm... Ja, ich weiß. Ich dachte auch nicht, dass es so schlimm wird. Weißt du, vielleicht hattest du recht. Es geht um viel mehr als dich oder mich. Es war egoistisch, nur an Quark zu denken. Wir können Drag immer noch aufhalten. Hey, genau. Wir haben das neue Schiff. Schnappen wir ihn. So gefällst du mir. Okay. Auf zu diesem neuen Planeten. Mit diesem neuen Superschlitten. Superschlitten. Und hin da. Da ist ja auch der Planet. Äh, so weit ist er gar nicht weg. Klank? Klank? Komm schon! Wach auf! Captain Quark? Nein, Dummerchen. Ich bin's. Ratchet! Was ist passiert? Blitz hat sich getroffen. Blitz hat sich getroffen. Hier tobt ein verdammt schlimmer Sturm. Du bist da draußen nicht sicher. Bin gleich zurück. Einmal wieder. Ohne Klank. Gibt's ne neue Waffe. Ich hab heute ein paar tolle Sonderangebote. Eine Schönheit. Sparen. Sparen. Das heißt sparen. Ich muss 30.000 bekommen. Die Stromklausel ist gut. Alter. Übertragen Sie sich langsam mit dem Geld. Und ich würde sagen. Hier beende ich den Part. Und das war Let's Play. Rettet und Klank Part 31. Und bis zum nächsten Part. Söge, Gott! E Jahrhared.